so 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 hallo hallo und willkommen zurück zu Let's Play Louis T's Mansion yeah im letzten mal haben wir den Strom wieder eingeschalten und haben uns im oberen Stockwerke noch ein wenig umgeschaut und haben dort auch die Zinssoldaten eingesaugt und in diesem Part geht es auch in dieser Raum weiter denn nachdem nachdem wir diese Zinssoldaten besiegt haben ist da noch etwas erschienen sag ich mal ihr werdet gleich sehen was ich meine Mario aber vorher muss ich erst mal hinkommen denn das dauert ein bisschen hier könnten sie echt mal so was wie einen Aufzug oder sowas aufbauen ah hier wird es wieder dunkel ja genau hallo Federbeuse na wie geht euch so hier durch hier waren wir ja auch so und hier müssen hier haben wir den großen Bubesiegt wenn ihr euch noch erinnert das war ein schöner Kampf hust hust ahem zeige ich hier bei den Pferden noch was ja ein Herz cool will ich haben gib mir das Herz gib mir das Herz gib mir das Herz nein Herz für Luigi danke ja ja und noch ein Herz oh schön da bin ich ja wieder voll das trifft sich ja perfekt perfekt wunderbar gut aber ich will jetzt in den Raum wo war der Raum mit den Zinssoldaten war der ganz unten das war das Menü ach wir haben ja auch so den goldenen Kristalle halt schön äh wo war der wie ging denn die Karte so der war ganz unten ok 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 so nehm ich hier rein hier ist ein Bub aus der Hölle ok nehm ich mal zur Kenntnis hallo Bub ah der hat mich wieder nur verarscht ok schön die sind dumme Bubes das hat nämlich ein Bub Bub mal raus ich kehre zurück Bub mal raus was hatten wir den nicht schon mal und er ist mir wieder entkommen der ekelhafte schön da war ich jetzt ein bisschen verwirrt sorry Leute aber hat mir diesen Boomerang nicht schon mal ich glaube schon ja egal hier ist doch ach da ist der Boomerang wieder ah hallo na komm her komm her komm zu her komm zu her komm zu her nein nicht da rein ist noch ein Bub was geht denn ab hallo hier ihr dumme Bubes wenn der Bub ein tiefwertig ja klar nein 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 nicht da rein 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 ja da rein darfst du von mir nein nicht da rein nicht da rein ganz böse wo sind jetzt was zur Hölle da ist doch ein Bub äh ist klar Leute ne und so wisst ihr Bescheid weil wo ist der schon wieder hallo ach das war nur Verarschung okay aber hier ist doch ein Bub ja äh der die Aufnahmeffekt der ist super an ey muss ich sagen ach schön hallo Bub Bub hier Bub 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 wo ist der hallo da im Schrank ja und das ist wieder der Wetterbu okay bleibst du da 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 verdammt bleib oh Gott ich hänge die Ahnung die Falten auf na komm na komm na komm bleib da bleibst du wow diese 300er die sind echt schon ein bisschen ein bisschen knifflig das sage ich mal da ist er wieder da ist er wieder da ist er wieder wow du hinkommst mir nicht au fand weh au man bleib da hallo bleib da bleib da bleibst du da bleib da bleib da Junge bleib auf bui ja die fünfte oder so na los aber diesmal krieg ich dich ja hab ich dich erwischt hm mh mh oh ja um ui mein Gott ey pfff 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 ja ja warum redest du eigentlich so lange mit mir bitte sei einfach ruhig pfff pfff mann diese egypte da ist schon ein bisschen ekelhaft mh das hat auch der name pfff pff naja gut ist der puh ist mir aber entkommen glaub ich jo sieht so aus ok der puh ist mir wieder entkommen der wiese ist ein umarang umarang war das glaub ich nein nicht 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 bowling spiel oh ganz böse ok gut dann war es das jetzt mit der puhjagd hat ja auch schon wie lange 5 Minuten ist klar oder mache ich was ich eigentlich vor hatte nämlich wollte ich äh 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 mal kurz was schauen moment äh ja hier hinauf mh mh denn hier kommen mit mir zugeistern ja hallo wie geht's euch geht so hallo auch noch meine Lieblinge oh ich hab ich ja vermisst na komm komm der na komm und du auch ja alle beide gleich schön darauf hab ich nur gewartet ja das war ja fast toll dannsst den auch gleich bobo bobo und hat euch zwei hübschen noch und zack verdammt ne nja jau und den zweiten wollen wir auch gleich und zack nicht geblendet muss denn der feuergeist sind ach keine ah Und zack. Schön. War das jetzt hoffentlich alles hier? Nein, natürlich nicht. Ah, ich weiß gar nicht mehr, das war zu erwarten, wenn hier Feuer überall rumliegt. Und zack, erwischt. Jawoll, 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 jawoll. Ui, 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 ui. Was zur Hölle? Du verbrennst jetzt, du ekelhaft. Hallo? Äh, na, hallo? Ist ja in Ordnung, Kollegen. Stirb einfach ab, danke. Ja, stirb. Na los. Stirb. Muhaha. Dankeschön. So war das jetzt links? Das ist Schatz, du ja, ne? Die war links. Lalalala. Ich kann euch übrigens mal zeigen, wo wir jetzt hier sind. Wir sind jetzt ja auf dem Dach. Oder gehen wir jetzt direkt mal hoch und holen uns die Schatz-Tore. Seht, was ist da drin? Ein Schlüssel! Die, 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 Blade, die, bringt schön mit dem Momofinders directions, finde ich. Ah, lerrisch. Ah, jetzt kommen wir hier rein. Ah, ja, okay. Aber vorher, bevor ich da reingehe, möchte ich noch auf die andere Seite, denn da war, glaube ich, noch was. Die, 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 die hebelt. Nehme ich hier die Leiter hätte auf? Da war noch irgendwas, glaube ich. Oder? Ich denke doch schon. Hier, wenn ich runterspringe, dann komme ich doch irgendwo raus. Genau, wusste ich's. Versiegelt da raus. Hier. Und hier sind, glaube ich, keine Geister, oder? Sind hier Geister? Hier seht ihr schon, das ist wieder so eine Art Schatzkammer. Wie wir schon mal in einer waren. Und, ja. Ich fange einfach mal an. Geld! Wow, 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 wow. Ist ja ein Otto-Kollege. Und tschüssi. Au, ist gar nicht so leicht mit den vielen Geistern hier. Wow, 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 wow. Oh, du nervst, du Kleider. Oh, Mann! Gib dir ne Ruhe jetzt, ja? Boah, ich hasse diese, diese blauen Fliecher, ey. Die sind wirklich schlimm. Und tschüss, du Standard-Geisten. Und tschüss. Ich auch noch jetzt. Hallo? Ich wollte die Zahn. Okay, ist nicht sehr nett von euch. Wo bist du? Wo bist du, Typ? Natürlich, wenn ich hinkomme, ist er weg. Weil das ja klar ist, ne? Wo ist denn jetzt wieder... Na komm, komm raus. Komm raus, komm raus. Und tschüss. Hab ich schon hell gemacht. So war ich mir bestimmt nicht die Chance für einen Geldgeist. Versaut, aber egal. Ein Schlüssel-Schlüssel? Was zur Hölle? Da muss ich rein? Wo ist denn der... Schlüssel-In? Ah, ja. Oh, dann müsste ich jetzt hier überall Geld sein, ne? Würde ich mal sagen. Geld, Geld, Geld. Gib mir das Geld. Was ist hier eigentlich? Hier ist bestimmt ein Spiegel dahinter, damit ich wieder rauskomme, oder? Natürlich. War zu erwarten. Gut, dann mach ich jetzt noch die andere Schatztruhe auf. Da ist nichts. Und gib mir... Geld! Nom, 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 nom. War doch irgendwo noch Geld. Genau da. Fliegt es? Hallo, da hat sich auch geclitscht. Ja, ist er doch schöner. Komm, Geld, Geld, komm her. Geld. Geld. Danke. Kann ich euch die Kerzen hier anzünden? Ja, kann ich. Cool. Das bringt mir zwar gar nichts, aber egal. Hallo, Luigi, du sollst... Luigi. Danke. Geld, 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 Geld. Geld, 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 Geld. Goldbart, komm, nom, nom. So, und hier noch was. Hallo? Nö, auch nichts, okay. Dann hier oben, vielleicht, wenn ich das anzünde. Vielleicht bringt das ja was. Nö. Wo auch immer jetzt der Geldschein noch EMK, ich hab keine Ahnung. Gut. Nö, ich hab jetzt einfach mal so hin. Im Kronleuchter vielleicht irgendetwas. Huah. Huah. Und. Huah. Nee, okay. Dann, wo hab ich noch Licht gesucht? Da. Da ist noch ne Kiste überhaupt. Geld. Hier ist noch so ein Pokal. Na, ist ein Bildgebrit drin, ja. Nicht, will keiner haben. Hier in dem Pokal. Ist noch Gelb... Äh, Goldbahn. Geldbahn. Ja, cool. Sieht ja mit dem Geldbahn aus. Und hier war nichts drin. Und hier ist wahrscheinlich auch nichts drin, oder? Nö. Okay, ich glaub, dann war's das. Jo. Dann geh ich jetzt mit dem Spiel zurück. Brrrr. Wow. Oder machen wir uns wieder auf? Wow, da war der coole Schrei. Habt ihr jetzt gehört? Waaaah. Juhu. Hahaha. Ich find den Schrei toll. Mario. Mario, Mario. Mario, Mario, Mario! Und jetzt kann ich ja hier rein. Mal sehen, was da ist. Okay. Hier erwartet mich Geist anscheinend. Hier gibt's Wasser. Okay. Nehme ich einfach mal mit. Ah, hier gibt's Blumen. Das sehe ich gerade. Gold fahren. Was muss ich jetzt hier tun? Was muss ich hier genau tun? Ja, ne? Hier kann ich mir auch Feuer holen. Ah ja, okay. Hier gibt's Feuer und Wasser. Gut, dann mach ich mit Feuer mal die Kerzen hier an. Vielleicht bringt's ja irgendwas. Hallo? Kerzen anmachen? Oh Gott. Oh Gott. Verschwindet alle von mir! Und alle drei! Oh verdammt, das ist gut gewesen. Das ist episch. La 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 la. Hey. Ich bin eure Herzen. Na komm. Na komm du Letzte. Na komm. Volle Wisch. Da war... Oh ja, noch mehr. Ah, dafür baue ich euch hier Wasser. Ah ja, okay. Hallo, gib mir Wasser. Danke. Hier, du begeistert! Hab ich jetzt gar nichts Wasser eingefauft? Oh ja, das war ein epischer Bettel. Oh, was ist da? Ah, hier ist noch ein Buu. Natürlich ist hier ein Buu. Oh ja. Hier. Oh ja. Ah, eine Bombe. Und das ist wieder in Bolivia. Ich hasse dich hier. Und der ist wieder entkommen, der Ekelhafte. Aber da ist er. Na komm. Na komm. Ist er wieder da rein. Na, das können wir gerne immer weiter machen, Kollege. Habt noch kein Problem mit. Na komm. Das ist noch keine Chance. Okay, wieder raus. Und wieder rein. Ach, schön. Also, Pupum. Hier aus können wir das noch gerne weiterspielen. Na komm, geh her. Dankeschön. Wow, oder hat das geübt, Luigi? Ja, hab ich geübt. Klar, ist klar. Gut, Leute. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, die Titans-Hüter vorbei. Das war Let's Play. Luigi ist ein Mensch für heute. Und ich würde mal sagen, man sieht sich dann wieder im nächsten Part. Also dann, bis dann. Ciao, Leute. Ja. Ja. Vielen Dank.